Zwei, ein, hey Oto, weiß gar nicht, ob ich dritte jetzt zu, äh, dritten Folge, Magicals 5, da bin ich schon direkt, und meinen direkt weiter, Hugo ist auch bei der way auch dabei, also, nein, was, runter, zu mir, kann man nicht mit Eisen dupfen, oder? Nein, ich probier's nicht lieber, oder? Nein, nein, mach nicht. Ich frag lieber auch nicht, weil die werden eh ein, äh, ja sagen. Ist das über Wasser? Nein, nein, das muss gehen. Nein, nein, hör auf, hör auf. Probier's einfach über, ich probier's einfach. Nein, nein. Ein bei einem probier ich. Ja, es geht. Wie viel sind's? Ich glaub vier bis jetzt. Ich hab Wasser gefunden. Ja, das war ein vier. Jetzt sind Alba, Brust, ich hab einen. Ja, ich brauch Wasser einmal. Ja, ich brauch Wasser einmal. Hier ist Lava, du hast ein Wasser, oder? Ja. Kannst, warte mal, kannst du mir in den Wassereimer gehen? Oh, ne, wo ist die Lava? Da hinten, oder? Ne, das ist eine andere. Kannst du mir gehen? Nein, hier, ein Eimer, dann müssen sie das selber halt, da ist Wasser. Was weiß. Ah, nochmal Titan. Nein, so. Du, perfekt, Digga. Vier. Äh, vier. Boah, Digga. Was war denn das? Ich hab sechs Stück. Oh, Digga. Oh, Digga. Warte mal, ich mach das schon. Am besten das Save, ey. Ah, stimmt. Ja, wohl. Ja, eh jemand von mir stimmt. Mach einfach. Das bin ich ja sicher, Digga. Ah, ich glaub, da hinten war auch noch was. Ja, da war Lava irgendwo. Ja, da war Lava irgendwo. Das hab ich gehört. Ich bin halt mehr Titan, ey. Oh, mein Gott, Kippa. Pass auf. Lackt halt, das ist halt so eh, ne. Zmaragde, braucht man das? Zmaragde? Ne. Hä, das ist kein Zmaragd. Hä? Nicht? Ah, ne, ne, weil das so keine Textur. Ah, jetzt ist es zmaragde hier. Aber das war irgendwie Adamutien erst. Anatium erst, oder so ein Scheiß. Hast du Leder? Ne, ne. Komm mal runter, ey, was? Leder. Ja. Ich könnte, ich könnte ein Backpack machen. Das brauchen wir jetzt eh nie. Komm mal, komm mal gleich hier runter. Ich bin da. Ja. Hast du da einen Titan in der, im Safe irgendwo? Ja. Was baust du da? Gar nicht. Du brauchst einen Grappier in da, oder? Kann sein. So, perfekt. Gibt's Zitrin-Pickax? Ja, ne. Ist das nicht wie Diamonds? Eben. Ah, es gibt keine Zitrin-Pickax, oder? Guck mal. Ich gucke. Oh, scheiße, Wasser kaut. Oh, scheiße! So, erst ne. Ja, du scheiße. Ja, ne, gilt gar nicht. Ja, man kann, man kann nicht alles droppen wür.. Ey, wie scheiße ist das denn? Ja, das hab ich auch schon bemerkt. Ich mach mal ne Irony Soll ich irgendwo essen warten ne Geh direkt weg hier, wir sind in dritter Folge und das ist zählfähig, ich muss mal voll Das waren wir glaube ich, doch das ist da, wo wir jetzt Titan abgebaut haben, glaube ich, also ich geh mal gucken, doch das waren wir, ey, überdickt nix Ah ja stimmt bruh So, das eine Secret wurde schon gelootet Secret? Der Drache war ein Secret Noch in Gang gefunden Was ist das? 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 Warum baust du eigentlich sie nicht? Ne, das bringt gar nichts, beider weise ich suche einfach Lava und Wasser weil einfach so ein Strip Das bringt einfach gar nix. Der Battle Tower gar nix. Oh, jetzt ob die... Was? Als ob die einen gefickt haben. Oh, das erste Gold. Ab geht's. Wir haben einfach keine Cave. Hier, dieser Erste. Was ist das? Erdfunger? Verheizertfunger. Oder Google, äh... Such auf. Nein, ist... Perfekt. Man kann eine Rüstung damit machen. Ja, guck mal, wie krass... Ja, cool. Sind wir hier in U.A.C. oder was? Warum? Eins Array. Ja, let's go, die Muschi, Alter. Ich weiß nicht, wie stark die Rüstung ist, aber auf jeden Fall kann man damit zacken. Ja, da heilt's einfach. Das ist besser als Eisen, auf jeden Fall. Da hat sich mal alles mit an... Öfen. Das wär geil, wenn wir ne Cave hätten, ne? Guck mal, kann man das auch braten? Normal. Da kann man Lull. Da kann man Lull. Wie schön Lull. Wie schön Lull. Wie schön Lull. Wie schön Lull. Van Tizken. Wie schön Lull. Wie schön Bankerlebar. bei Schmitt mit Matheko. 징 Saft übernachli. Wie viele Bl Tischulen, Schau mir auf, wenn man da eine Spitzhacke da vorne hat. Verliebt aber ich auch nicht so viel Zeit. Muss ich sich finden. Also du hast noch immer keine Cave oder? Irgendwie baust du noch hier. Soll ich dich direkt bauen? Ich baust du Digga. Ja, der X-Rail. Ich höre die ganze Zeit Wasser, aber ich fände es nicht. Ja perfekt. Über uns. Ich glaube ich. Ich hab BTV schon weg, wenn ich richtig kass. Ich hab sowas gefunden, das ist eine Schlucht. Mein Chef. Ja perfekt. Ja fehlt nur auf mir. Für was denn eigentlich? Perish wird. Oh mein Gott, hier. Oh mein Gott, Digga. Hier geht's ab Digga. Hier geht's ab Digga. Ich hab schon wieder dieses artiges gemacht. Oh mein Gott, Digga. Wofür für ein OP Buch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl. Die OP ist geil. Äh die Cave ist komplett geil. Ja ich finde hier auch richtig kühlen Dinger gehört. Bei uns läuft. Diese Ärzte, nice. Diese grüne, soll ich die mitnehmen jetzt? Ja nimm sie einfach mit. Also sie ist auf jeden Fall besser als Eisen und so. Und hier dann schweifeln. Why are you doing? More diamonds? Oh mein Gott, ich hab die RG verkackt. Wie viel? Ich will das jetzt machen. Auf was so jetzt schwitzen? Dinosaurantäuter. Oh mein Gott die Allergie verkackt. Wieviel? I don't know, warte mal. Auf was- auf was so wär ich schwitzen? Hey Kerabi gegen Kerabi Helles ist Kerabi Halt's auf? Jaja Ey wie geil Wir haben btw 50 Perfekt, was sollen wir machen? Wie viel hast du? Wir brauchen noch einen Diamond Wie viel hast du? Einen Du nimmst das Ding gar nicht mit Wie kann das sein? Ja ich bin grad nur Ich hab nur die Cape durchsucht Gerade überall Ich bin gar nicht Ich hab das gar nicht geguckt Hast du Mindshift-Fäden und so gelootet? Ich hab schon acht Ja nimm mehr willst Bin grad nur durchgegangen Ob ich irgendwo OP rufen bin oder so Jetzt bin ich in irgendeiner der Schlucht Das heißt du kannst alles noch nicht lösen Ich hab gerade ne Infos jetzt schon vorher älter Man hat den Deadpack allein Aber wie geht das? Du brauchst 8 Wolle und 1 Holz Was? Ja deswegen hab ich den Wolle mitgenommen Aber den Min-Titon Pass auf Digga Fack ja und so läuft Vielleicht direkt Titan Sollen wir eigentlich Muskete jetzt machen? Geht ja nicht Gibt's ja nicht Achso gibt's nicht Ja ne das gab's nur in deinem Modpack Letztes Magic Games haben wir Muskete gespielt oder? Uwe hat sich das gespielt? Ich fand's unnötig Jo perfekt Ey WTF das Ray nimm mal Verkommt mir jetzt krass Alles in der Cave Einzelray Der Stony Mutti Alter ich hab gar keinen Bock mehr Uwe Was? Einzelray Ah Digga Oh ne Hexe geh mal weg Digga die sind Mobs ne Wir brauchen Lapis bei du ey Ja ich hab Lapis Ich hab einen Traik der Nachtsicht und einen Traik der unter Wasseratmen oder so Perfekt erstmal Wasser Cap Vergönn Digga Für was brauchen wir Lapis eigentlich? Äh den Chat Achso Stimmt den Chat Ist den Chat eigentlich OP Ich hab einen Film Achso Eigentlich nicht Seiten BTS JES Und dann würde ich schon sagen, Spaß mit der Folge, wenn du gefeuert hast, lass dir die Position herunter und Aura schaut bei Uga vorbei und dann schalte ich auf jeden Fall morgen wieder ein für die Folge 4 und dann haut rein.